Hallo und herzlich willkommen zurück bei TidioCity und PenaBoost bei dem Projekt Let's Build Minecraft Together. Hoi. So, genug gelabert. So, Musik angepasst. Perfekt. So, als erstes. Wir haben lange nicht mehr aufgenommen. Ja. Wir haben lange nicht mehr aufgenommen, ungefähr zwei Monate mindestens. Mehr. Okay. Wenn's nur zwei Monate wären. Ja. Der Grund dafür, dass wir jetzt nochmal aufnehmen, ist, dass morgen der Server abläuft. Machst du die Duschen? Ja. Oh Gott. Find ich gut. So, weil du sie dann machen musst. Ja. Vor der Seite. Ja. Ne, ich probier dann schonmal halt aus mit den Sitzgelegenheiten oder what auch ever. What auch ever? Ja, what auch ever. Iva. Ja, Iva. Wir wollen hier niemanden ansprechen. Nein. Oh. Ich muss jetzt mal gerade schauen. Wie ich das mache. Mit ner Pressure Plate. Ne, sieht komisch aus, oder? Was denn? Ey, die Sitze mit ner Holz Pressure Plate. Ich probier's aus. Na gut. Ah, es wird nach. Egal was du machst, ist sowieso essig. Halt's mal. Wobei es geht eigentlich. Klar. Ich muss den mal anschauen. Ich guck mal noch was anderes, ob das auch so gut aussieht. Ähm. Ähm. Jetzt muss ich grad die Nummer nochmal überlegen. Jetzt muss ich grad die Nummer nochmal überlegen. aus Holz. 35, glaub ich. Nein, das ist Wolle. Dann 34. Hä, ich glaub auch net. Ne. Warum, was kam da raus? Äh. Äh. Unnamed. Dann 340. Nein, 43 sind Double Stacks. 44 dann. Oder 42. Oh, du rätst doch. Hä? Du rätst doch. Nein, wie kommst du da drauf? Gut. Ja, aber irgendwas mit 40 war's wirklich. Oh, ich schau einfach. Ich mach mir jetzt eine Crafting-Kiste nämlich. Haha. So. Oh, ich hab vergessen Zeit zu stellen. Mach mal jetzt grad. So. 44,2 war's. Sag ich doch. 44. 45. Ohohohoho. Ja, hab ich doch gesagt. Nein. Ich weh dich doch. 50,2. Oh toll, jetzt hab ich mir eine... Sag irgendwas mit 40. Ja. Jetzt hab ich mir eine davon geholt. Was machst du denn? Okay, mit Pressure Plates sieht's glaub ich besser aus. Wobei, mal nochmal gucken. Hm. Ja, ich glaub schon. So, zwei Duschen reichen für die Gäste, oder? Ja, es reicht. Die brauchen nicht duschen. Das sind Gamer, die duschen nicht. Ja. Schön, dass ihr hier die ganze Scheiße liegen lässt. Hm. Find ich auch. Geil. Jetzt meldet sich noch Avira und so. Schau dir das mal an. Moment. Du... Ey. Wo bist du denn? Hier oben in die Luft. Ähm. Was soll die Scheiße? Wieso sind da drei... Wieso sind da oben Bücherregale? Was? Keine Ahnung. Hä? Hä? Selb deinem Grund ruckelt's gerade extrem bei mir. Ja, gerade eben war bei mir auch. Ich hab den Schalter gedrückt und fünf Sekunden später ist er aktiviert worden. Äh. Äh. Ja. Wieso sind hier oben Bücherregale? Ich weiß es nicht. Machst du doch weg. Nein. Dann komm wenigstens runter und schau dir das Ding hier an, was ich gemacht hab. Dann mach ich sie doch weg. Oh, das war so klar. Lieber irgendwas machen, was du nicht willst, anstatt mir zu helfen, ne? Ey, ich dachte ich bin dafür, äh da, dass ich dir im Weg kommen stehe. Achso, ja. Genau. Bäh. Allein nur das Prinzip, äh. Mhm. Also die hier sind schon mal scheiße. Ja. Ja. Der da ist auch scheiße. Ja, der da auch. Sollen wir die Dinger nehmen oder nicht? Oh, die sollen auf Steinen sitzen. Ja. Ja. Damit's schön bequem ist. Auf Stein? Ja. Sonst geht's dir auch noch gut. Und hier kann man dann sowas hinmachen wie das hier. Moment. Hallo? Hallo. Nee, auf Feuer zu setzen. Ich mag Feuer. Irgendwache. Ich bin nicht Bremsbrauch. Hallo? So, dann schlag mal vor. Hallo. Ah, da. Ich hab die ganze Zeit Täune gesucht. Hier kann man dann sowas hinmachen. Hier so. So. So, ja. So. In welchen Abständen? Hey. Such dir was aus. Ist sein LB. Toll. LB. Ja, mein LB. Lustiges Taschenbuch. Ja, mein LB. Ja, mein LB. Ja, mein LB. Ja, mein LB. Doch. Okay. Weil hier auch drei sind. Und hier fünf. Siehst du? Da sind drei. Ja. Ähm. Also gut. In drei Abständen. Ähm. Creative Mod on. Äh, ja. Wir hätten vielleicht mal gucken sollen, dass das auch in der Mitte ist. Hm, das hätten wir, aber das wäre ja langweilig. Es gibt aber zwei in der Mitte, also müssen wir mit vier machen. Ah, verkackt. Okay, ich mach in die Richtung. Ich mach dann nur die Zeine weg. Wie jetzt? Ah, ne. Die Lüte. Ja, stimmt. Eins, zwei, drei, vier. Hebe. Eins, zwei, drei, vier. Hässliche Lacher kann ich mir sparen. Eins, zwei, drei, vier. Wie machen wir das dann da in den Ecken? Eins, drei, vier. Keine Ahnung. Hey, komm mal in den Ecken, lassen wir es weg. Ah, jo. Okay, mach mal. Nur die Haupttribüne kriegt das. Die anderen haben Pech gehabt. Sollen sie sich bessere Karten kaufen. Oh, was war das für Fail? Hey. Was war das für Fail? Was war das für Fail? Hey. Ja, genau. Entfern dich von mir. Hm, mach ich auch. Aber sowas von hier. Da. Fuck. Hey, hey. So. Kann man sich eigentlich selber rocketen? Ja. Slash Rocket einfach nur. Wie. Toll. 1, 2, 3, 4. Blub. 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 Okay. Rockets. Rocket. Oh, ich weiß nicht. Tu es immer noch Slash Rocket machen. Du hast's ja nicht mehr. Was machst du denn, Benni? Ich weiß nicht. Ey, ich wollte die Spieler machen. Okay, dann mach sie. Das waren zwar nur 20, aber... 1, 2, 3, 4. Blub. 1, 2, 3, 4. Blub. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Blub. Blub. Den Partner nicht Blub. Ne, 1, 2, 3, 4. Blub. So muss er heißen. So, hier glaub ich fehlt noch was. So, hier glaub ich fehlt noch was. So. 1, 2, 3. Hä? Äh. Er gibt's ja gar keinen Sinn. Du ergibst gar keinen Sinn. Du ergibst gar keinen Sinn. Du ergibst gar keinen Sinn. Halt die Freize. Nö. 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 Na. 10, 3, 4. Nö. Und kränze. All redaktiviert restore. Scheppern. Zoom. W pow qu... gäh. Vor allem die ganzen, ne, das ist nicht das, was wir sagen, die ganze Zeit die Ringe zu machen. Ja, stimmt. Oh, da hat sich ein Spieler verirrt, äh, eine Spinner. Hier kann man an manchen Stellen gar nicht mehr richtig durchgehen. An manchen Stellen kann man gar nicht mehr richtig durchgehen. Wegen dem Zaun. Ach, meul doch. Und, naja, sollen die sich halt anstrengen. Ja, ist mir doch egal. Und was, wenn ne fette Frau kommt? Pech gehabt. Oder ein fetter Mann, was macht der dann? Wir schreiben am Eingang noch ein Schild, nicht geeignet für fette Personen. Bist doch silberfett. Nein. Okay. Und vielleicht sollten wir auch Fackeln da drauf aufstellen, fällt mir grad auf. Das, das sieht bestimmt dann noch geiler aus. Oder besonders beschissen. Das sieht geiler aus. Wie sonst alles, was du brauchst. Äh, kann es sein, dass wir hier den Ring nicht weitergebaut haben? Ja, guck mal. Come to me. Da fehlt ein kleines bissl. Deine Schuld. Deine Schuld. Nein, ich glaub, Yannick war im letzten Part dabei, das grad zu bauen. Also Yannick schuld. Ja. Genau, du hast erfasst. Oh egal, ich mach jetzt nur hier ein bisschen was dran und dann... Ich kann dir den Ring da fertig gleich machen noch. Die Ring. Kannst du nicht. Meine Taktik ist gut. Machst dann immer alles selber. Oh, ne. Ne, du sagst es einfach immer nur erst zu spät. Rat mal, welches... Wenn ich's schon gemacht hab, sagst du, das kann ich gleich machen. Rat mal, welches Lied grad im Hintergrund kommt. Ganz, ganz, ganz... Ein nerviges Lied. Ein sehr nerviges Lied. Ach, dein nerviges Lied. Von damals, das. Ach, dein nerviges Lied. Hä? Was is'n das? Was wird denn was? Hast du was gesehen? Hast du was gesehen? Nein, ich hab's gesehen. Du-du-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy. Okay, so, der Boll, wenn ich schied, ich setz diese Zäune von alleine hin. Hm. Oh, ist das nicht ein bisschen zu wenig, Getsheete? Ich bin das schon anstrengend, so ganz viel Zäune zusetzen. Die Zeune habe ich mir echt cheated. Also, Creative meine ich. Achtung hinter dir. Fail. Cool. Jo! Hä? Ähm, okay. Du-de-de-de-de-de. Yeah! Ja! Okay, jetzt fackeln irgendwie, ne? Nein! Was soll denn abfackeln? Achso, ah, fackeln! Ah! Abfackeln wäre bestimmt auch lustig, aber ne, lass mal. Ähm... Es gibt ne saucolen Trank. Ich such den gerade. Was soll die Scheiße? Was für Dank denn? Also, den coolen. Ah, den kenn ich! Der ist cool, nicht? Der coole Trank. Ich kenne nur, der EP-Punkte gibt. Achso, ja. Hahaha. Hier der. Pussy, frisch die EP-Punkte, wo bist du? Boah! Ach, du bist da... Ich hab schon gedacht... Ich hab schon gedacht... Wann wo kommt denn das? Ich hab doch rauf gehört! Ey! Die sollen hier nicht rumliegen! Sieht aus wie... Als hätte jemand hingekonnt. Dann machen wir das gleich! Ahem... Mein Kot! Sonst hast du's in mir alle! Ich mach mit! Ich drück mal in 5! Toll sieht das aus! Sehr toll! Mach ich grad nen Screenshot von! Gott! Boah! Kein Bock mehr! Oh! Wieder mal! Ey! Ich seh gar nichts vor lauter Punkten, die da rumschwirren! Alter! Mein Kot! Wie soll ich denn so aufnehmen? Merkst du das? Danke! Ach toll! Ich fall genau wieder rein! Naja, ist nun zu weg! Nein! Nein! Hau ab! Ich suche, ich geh jetzt Fackeln setzen! Wenn du siehst! So! Ich werd mit dem P-Punkten überschüttet! Auf jede Ecke so ein Ding oder wat? Joa, warum ned? Ich kann hier nur scheiße! Nein! Ich hab die Innenecken! Nur auf die Hausten! Achso! Okay! Das nervt leicht! Boah! Ich krieg die EP selber ab! Ich bin schon lebe so! 64! Aber was lag daran, dass ich vorher schon... Weiß nicht! Irgendwas mit 30 mindestens war! Boah! 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 Hier mach ich alle 4 Abstände! 1, 2, 3, 4, blup! Oh, verdammt! Plup! 1, 2, 3, 4, blup! 1, 2, 3, 4, blup! 1, 2, 3, 4, blup! Ah! Ich würde jetzt eine Sache mal gerade sagen, die ich fast nie sage! Das war's jetzt mit diesem Part! Tschüss!